Der Deuter Rucksack Step-Out 22 ist ein sportlicher Tagesrucksack und ist perfekt für die Freizeit-, Büro- oder Unialltag geeignet. Der Deuter Step-Out 22 hat zwei große Hauptfächer. Im hinteren Hauptfach hat das Step-Out 22 ein Laptopfach von Notebooks bis 15 Zoll. Im geräumigen vorderen Hauptfach befindet sich ein Reißverschlussfach mit einem abnehmbaren Schlüsselklip für zum Beispiel Kleinutensilien. In der kleinen Reißverschlussvortasche und in der Reißverschlussseitentasche können weitere Kleinutensilien griffbereit verstaut werden. In der offenen, elastischen Seitentasche finden Trinkflaschen bis zu einem Liter Platz. Das Modell Step-Out 22 von Deuter hat einen ergonomischen Kontaktrücken mit Airstripes-Polster mit Belüftungskanälen. Für den bequemen Sitz sorgen auch die breiten gepolsterten Meschschultergurte, der höhenverstellbare Brustgurt und der abnehmbare Hüftgurt. Zu den weiteren Pluspunkten vom Deuter Step-Out 22 gehören ein Tragegriff, eine Aufhängeschlaufe, die seitlichen Kompressionsriemen und ein Reflektor vorne. An den Schlaufen vorne am Rucksack kannst du zum Beispiel ein Blinklicht befestigen. Der Step-Out 22 ist PFC-frei. Für weitere Informationen zum Deuter Rucksack Step-Out 22 besuche unseren Shop. Den Link findest du oben in der Infokarte. Hast bereits eigene Erfahrungen mit dem Rucksack-Modell Step-Out 22 von Deuter gemacht, dann würden wir uns über deine Kommentare sehr freuen. Danke fürs Reinklicken und bis bald. Abonniere unseren Sausbeck-Channel, wenn du es noch nicht getan hast und like dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Hier unten kannst du uns direkt in unserem Schulranzen-Online-Shop besuchen oder noch eines unserer Videos ansehen.